Liebe Freunde von der Heimatbühne Balling, wir sind da heute live im Saal bei Michelwirt auf der Bühne. Die nimmt auch schon schön langsam Gestaltung und wir haben die Ehre, dass wir heute unserer Spielleitung, der Heide Jung, beim Proben für die 5 Kaninkel über die Schütter schauen dürfen. Willi, da vorn, da ist dein Arzt und du musst von da nach hinten gehen. Und ihr dürft nicht da so rum sitzen, ein bisschen aufkommen, nicht zulätschen, das habe ich doch alles ausgemacht und geschmust wird erst später. Wie oft, Willi, nicht da raus, wir müssen jetzt da rüber gehen, da rüber, nicht da rein. Heidi, Heidi. Wenn sie ist einfach da. Heidi, wir sind schon drauf. Ja, ja, grüß euch, gut. Ja, wie ihr seht, proben wir schon ganz fleißig für unser neues Stück. Die Schauspieler geben sich alle Mühe. Läuft super, läuft wirklich super. Also, wie ihr seht, ja. Bis zur Premiere am 27. Oktober haben wir das leicht geschafft. Braucht euch überhaupt keine Sorgen machen. Ich freue mich schon auf euch. Ich brauche ja einen Schnaps, die viele, die machen mich fertig. Ich meine, Heidi, probiere es halt einmal mit einem Schnaps für die Hosen. Vielleicht hilft es besser, zweit der Nervosität. Meinst du? Ja, die werden halt schon früher gehört. Ja, super. Ich glaube, dann können wir auch mit dem Kartenvorverkauf beruhigt anfangen. Die Karten gibt es für immer ab dem 3. Oktober für unser Stück die 5 Kanickel. Beim TV Rhein und Panja in der Buchhützstraße in Palling oder unter der Telefonnummer. Jetzt muss ich aber schnell nachschauen. 01573 24 82937. Die Termine findet ihr auf unseren Internetseiten www.heimatbühne-palling.de oder auf Facebook in Kürze. Wir freuen uns auf euch. So geht es einfach 5 Mal, wie es passt. Liebe Freunde von der Heimatbühne Palling, wir sind doch heute live bei Mittelwirt auf dem Saal. Ja, grüß euch gut. Grüß euch gut. Äh... Grüß dich, bist dugest! bapt Musik Heitil Israel apgresse. Pour Apgons Av